Musik Was geht liebe Leute? Herzlich Willkommen zu einem erneuten Videolog von mir Liebe Leute, ich wollte mich heute nur kurz bei euch melden Ganz kurz, eine kurze Zwischeninformation Und zwar, ähm Viele hatten sich ja so gesperrt Niko Du machst zu wenig Videos Alles klar, ey Ich konnte nicht die ganze Zeit diese Commentaries bringen Die eben so mit Mitschnitt waren und so ein Zeug Weil es hätte die Spezialität dieses Commentaries irgendwie ein bisschen zerberstet Deswegen hätte ich mir gedacht Ein Commentary von dem in dieser Woche In jeder Woche Und dann noch ein Real Life Vlog Und in diesem Real Life Vlog habe ich mir gedacht Da beantworten wir die ein oder andere Frage Also das ist jetzt kein Vlog so wie er kommt Sondern ich werde das auf jeden Fall wieder ein bisschen mit Spaß und Freude verbinden Liebe Leute Werde ich ein paar lustige, ein paar traurige Einschnitte Ihr stellt mir eure Fragen, die ihr habt Egal was Vielleicht ist nicht der größte Abfuck Werde ich sie natürlich je nachdem abgefuckt beantworten In diesem Sinne Seht ihr diesen Pulli? Wenn ihr diesen Pulli kaufen wollt Dann besucht meinen Shop Ihr findet den Link in der Videobeschreibung Die eiserne Hantelstärke bestimmen Ja, so läuft das ab Ich kann euch sagen Der Pulli Der ist von der Qualität her Weischt? Der ist ein super Pulli Weischt? Von der Qualität her Der Druck ist auch qualitativ hochwertig auf jeden Fall Das kann man auch sehen, wenn man den anfasst Weischt? Das ist wirklich ein super, 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 super Pulli Weischt? Von American Apparel Steh, weischt? In meinem Shop gibt es auch andere Sachen So iPhone Case Ich hab das auch da Beispielsweise dieses iPhone Case Der Druck ist nicht so optimal, finde ich Also Wenn ihr damit leben könnt, okay Aber der ist nicht so geil, der Druck Ich sag's euch gleich im Voraus Gewinnen Sie jetzt Das Doppelpack iPhone Case Und den Pullover Für nur 19,99 Ne, Spaß, Leute Der Pulli ist ein bisschen teurer Ich sag euch warum Der ist von American Apparel Deswegen ist der bisschen teurer, weischt? Ich probiere das immer so Preiswert wie möglich Für euch hinzubekommen Und wenn ihr eben Lust habt Dann schaut unten in der Beschreibung Steht Link zu meinem Shop Würde ich mich natürlich freuen Wenn ihr da was einkaufen würdet Ansonsten, liebe Leute Das muss ich jetzt noch sagen Heute Abend gibt es einen Livestream Und zwar, ich lass mich kurz überlegen Wir beginnen mit dem Livestream um Lass mich kurz überlegen, ey Sagen wir Genau Der V-Log wird dann höchstwahrscheinlich Immer am Wochenende folgen Also ihr müsst euch so einstellen Auf das Video in der Wochenmitte ungefähr Und auf die V-Logs immer gegen Wochenende Also so Freitag bis Sonntag Sollte der dann kommen Dann hoffe ich, ihr seid zufrieden mit dem Konzept Wenn ja, lasst mal einen Daumen nach oben da Das freut mich sowieso immer Die Daumengeschichte Ich hab schon oft drüber geredet Ist einfach eine Sache Die wir YouTuber Es gilt wie gesagt Nicht nur für mich Es gilt für alle YouTuber Diese Daumengeschichte Ist einfach eine Sache Die erwarten wir von euch Abonnenten Einfach automatisch Weil es ist einfach Wir machen uns die Arbeit Ihr schaut Videos Ihr habt vielleicht Entertainment Vielleicht nicht Je nachdem Da gibt es ja natürlich Jeweils dafür eine Funktion Wenn es euch nicht gefallen hat Gebt ihr einen Daumen nach unten Wenn es euch gefallen hat Drückt ihr den Daumen nach oben Ganz einfach aus dem Grund Einfach einen Daumen geben Ist easy peasy Mahisi Ist kein großer Schmerz für euch Alles klar gell Dann würde ich sagen Macht das gut liebe Leute Wir sehen uns im nächsten Video gell Und dann können wir uns zu ver choen Wir sehen uns im nächsten Video Vielen Dank.